Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Counter-Strike Global Offensive Overwatch und wir starten hier in ein frisches Spiel. Es steht 0 zu 0. Unser Suspekt hier läuft Richtung B. Die Terroristen sind allesamt Mitte bis auf einen Dessel lang. Und schauen wir mal, was wir hier so haben. Ja, erstmal nichts. Es kommt jetzt die Desert Eagle, da war der Punktgenau drauf. Schauen wir mal. Runde 2, auch nichts passiert. Runde 3, alle guten Dinge sind doch 3, nicht wahr? Jo, den hat er. Jetzt bin ich gespannt. Er hat auf jeden Fall das Wissen des Todes. Gut, den Short hat man gehört. Das war Runde 3. Zwei Kills, ein Assist, drei Tode, 3 zu 0 für die Terroristen. Und ich tippe mal, dass er zumindest ein bisschen was anhat oder anmachen wird. Die Tee sind auf R-Short unterwegs. Die Tee sind auf R-Short unterwegs. Naja. Drei Terroristen kuscheln auf Short. Und er bekommt auch in der vierten Runde einen Top-Schuss. Schauen wir mal, was jetzt in Runde 5 passiert. Warum haben wir hier einen Report? Man weiß es noch nicht. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall mal Griefing. 12.1 Oktobus. Schauen wir mal, der Oktobus ist hier in den Lower Tanschel unterwegs. Ein CT ist weg. Vielleicht ein guter alter Ragequid. Die Bombe liegt gleich. Hoffentlich. Jawohl. Mal schauen, was der Oktobus hier raushaut. Er wollte den Jump-Kill bringen und damit hat unser Suspect hier einen 4K geholt. Und bekommt das Diffused auch noch. Die AWP da in der Wand gestreckt. Auch was cooles. So, und wir haben hier den Bot Eclipse und es wird ein guter B-Rush. Und da ist der Teamkill Nummer 2. Das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Wenn man zwei Teamkillungen macht, wird man nicht mehr direkt gekickt. Das dauert jetzt anscheinend länger. Und der Bot geht down. Und wir haben hier einen Alang-Push. Vier Stück. Ja, alle fünf. Okay. Also das kaufe ich ihm nicht ganz ab. was da gerade passiert ist er war halt durch die box auch auf ihm drauf ich sage der tut hat doch was an außer hosen und der nächste b-rush steht an jetzt erst mal hier rumstehen er kann halt nicht granaten werfen und dann soll das so schießen naja die ente und da stirbt er noch ich bin mir fast sicher dass er ein wohl gehabt hat wenn ich sogar nehmen es ist aber das war jetzt nicht ausreichend was die beweise betrifft er bekommt auf jeden fall das briefing weil der eine team kill war mit absicht hat einen teammate zum range quitten gebracht und der zweite war einfach unvermögen ja wenn es euch gefallen hat lasst mir ein kommentar like oder abo traut wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin macht's gut und ciao mit 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 Vielen Dank.